Kölner aber die Exklusionsraub noch schlimm ja Mauer und Ehrenboden sexy Prozent bis auf der Schraube ich kann nicht mehr in zwei Kräfte einmal von hinten an ein und ich hab den Tränen in der Auge ich weiß es auch Prozent 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 haben wir wusste als ich noch immer was zu essen bis ich bin und wenn wir mit der Aufruhr hier ist noch was zu essen na nein ich bin gläckert aus er hat eine Höhle gefunden äh, warte, warte warte wie einfach sieht das gemacht aus komm mir das Wasser an das hab ich nie öfters gesehen, aber irgendwie habe ich grad soe lachflash intus äh ich krieg so oft auch kommentare ich krieg auch sau oft kommentare geschrieben mit boah lachflash abso und so befreut mich dass es euch ich hab's an diesem Geräusch gehört ich höre zum lieben Neweil ich habe Hunger mit auch mit dem Aufnehmen an die Mug heute Samstag aus Wunderland was warst du mit einem Schlüsselmann das ist das ein paar Störte vielleicht um Holz natürlich dann hast du genug um eine kiste verspäckte was ist das jetzt für ein bier? ne, hast du Holz wenn meine Mutter irgendwie so Bier sieht in der Werbung, dann kauft die das immer für mich und das ist Bier von Blizzard das ist jetzt Grapefruit das ist jetzt Grapefruit Enjoy Eiskauen und das ist rosa das sieht so schwul aus mit BUFF und das ist oh cool auch so bis 60 geil äh ne Josh, hast du ne Kiste da, die wir hier an so hinstellen können? egal haha, you fail yeah ich hab mir auch noch gerückt oh my god we are on the two ich weiß, ich hab noch insgesamt sieben Biere im Kühlschrank Alter 3 habe ich jetzt schon getrunken das 4 habe ich auch nicht ich bin kein Alkoholiker und ich trinke eigentlich allgemein gar kein Alkoholiker ich auch nicht, aber shit, hey, muss das Grapefruit hat so abartig nachgeschaut erinnerst du dich? erinnerst du dich noch an das nein, an das Let's Talk shit wortwörtlich shit, hey okay, die Kohle kann ich eingebrauchen hey Kohle kann ich auch gebrauchen ich kann nicht aua warte bitte komm zu mir ich will mich schnipp machen ey bitteschön okay, jetzt ohne Scheiß, ich brauch was zu essen ich sterb sonst noch nimm zu aua hey, guck mal Dixas, ich hab nen Apfel PENIS 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 Nein oh nein oh nein oh nein oh nein wieso Erkundungsgefahr nein 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 komm zurück ich hab 14 Holz okay sieht man eigentlich Skype, wenn ich jetzt zum Skype wechseln ja ne als Erstes möchte ich eine Tür 1 2 3 4 5 6 7 8 behalte 8 holz super türk muss ich sagen hey ich auch noch 13 stein ich mach mal genau das interessiert mich stein ok stone nein penis hä? wait wie viele gibt das jetzt bitte ach krass du kriegst jetzt immer 6 pflasterstufen statt 3 ne gut das ist mir grad mal aufgefallen so ich hab da hinten auf ohl noch noch ne tür singen aus der hiers meine scheiße gibt immer zwei steine er gibt sie mehr der Kälte im Norden Kotz Kotz vor Ort also mein Bein zu tun beim Wechsel L ich war nicht nur Eisenbeinwerken jetzt hier meine Eisen du bist so wenn man jetzt eine kleine ein kleiner Schutzbunker kann er gebraucht muss man immer und von dem Motiv wir wollen jetzt noch ein bisschen und die Scheiße hier die Effizienz sechs Jahre komm ich sehr weit Prozent ja Armin dran die Frau die Frau oder das ist vieles hier aufglaubt ich verwechseln sich jetzt wünscht haben Römische E-Koller Schatz zu CDS und sonst wird sich weissen sie in die der Römischen Zahn CD das ist nicht 25 Uhr du machst es zu bleiben und scheiß jetzt wollen wir es weiter nach der Frau dahinten macht den Schissbruch glaube ich als Jürgen K k noch hohe aber nicht das einmal hören leiden ich bin nicht mehr und schießt mann die jörg-päntsorten was kürzungs-früßes es ist ich dachte jetzt echt meine Mutter hat einen vorn lassen aber Gott sei Dank nicht Köln mit bei mich schießt bekannt mein Frau was dazu gemacht worden ist auch lang und nicht die Nass ziel was nicht mehr ein bisschen holzen Tüttemberg gebrauchen wenn sie sind nach einer Kiste aber ich mache jetzt mal mehr erhält der Rohstoffe reinnehmen auch glaubt das ist mein eigenes und aber reisen stecken steuern sogar vor Ort trage mich kaktusen Blume ei warte komm, ey gib mir die blumen war da gerade eine diamantschaufel? nein gut ich würd sagen wir kleiden das hier aus mit steinen das hier ist keine diamantschaufel, nein gib mir mal verschwendet der einfach so meine Blümchen ey das hab ich nur oh